das ist die geheime halle geheime katakomben von nike heizung außen graffitis und das sind die zwei die gewonnen haben und der leon ist eine bergstiefel die er gekriegt hat von nike jetzt geht es hier rein zu einer nike tm-pokmesse die ganzen fußballschuhe die es gab hier vorne läuft gerade der countdown ab bis der neue tempo von nike präsentiert wird hier ist der also wir beiden sind eine der ersten die diesen schuh sehen kann richtig chillig wenn die zeit dann abgelaufen ist dann wird ein neuer fußballschuh präsentiert der ganz neu auf dem markt ist jetzt jetzt läuft die letzte minute hier ist voll die spannung ja alle warten noch darauf dass das hier losgeht die letzten zehn sekunden sind angebrochen richtig spannend 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 6, 5, 4, 1, 0 ja 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 Max! Wir beide sind die Ersten, die es angeschaut haben. Einfach nur unglaublich. Diese ganzen neuen Technologien. Das ist ein Kumpeln. Das ist ein Kumpeln. Ja. Das kommen wir hier zusammen. Genau. Mr Jerome Boateng. Das ist so schwer. Wir haben eigentlich alle diese Kommentare gesehen, aber vielleicht Jerome kann vielleicht noch mehr auf das. Ja. Wie du sagst, ich war auf der Kampus in Portland. Ich habe sie kennengelernt und ich war sehr glücklich, weil es für mich auch sehr interessant ist, dass sie eine Opinion von den Schuhen bekommen. Ja, wie du sagst, es war sehr wichtig für mich, die Tonne, die Veränderung, die Backheer, und die Läser. Und jetzt bin ich sehr glücklich, was sie gemacht haben. Antonio Ruttier, von AS Roma, und gerne, bitte, give a round of applause. Okay, so answer, be honest. Ja, first of all, hello everybody, good evening. Ja, it was a big pleasure to make my debut with such kind of a player, great player. so, yeah, great player, yeah. Jerome, I have to watch.